Musik Mein Name ist Nadja Mauchle, ich bin Co-Director Marketing & Communications und Mitglied der Geschäftsleitung bei Canon Schweiz. Und zusammen mit Ralf leite ich ein Team von 22 Personen. Mein Name ist Ralf Schmid, ich bin seit knapp sieben Jahren bei Canon und jetzt Co-Director für Marketing & Kommunikation und auch Mitglied der Geschäftsleitung. Co-Leadership heisst für mich gemeinsam Verantwortung zu tragen, einerseits für unseren Bereich, aber auch für das ganze Team. Für mich bedeutet Co-Leadership vor allem bessere Entscheidungen und breiter abgestützte, diversere Entscheidungen. Co-Leadership macht für mich Sinn, weil ich einen Sparing Partner habe, mit dem ich mich immer über alles austauschen kann. Egal ob Erfolg oder Misserfolg oder auch mal schwierige Entscheidungen. Ich habe immer jemanden, der mich spiegeln und mich ergänzen kann. Es ist einfach angenehm, die Verantwortung zu übernehmen und das Ganze nicht nur auf zwei, sondern nur auf vier Schultern zu teilen können. Wir sind sehr stolz darauf, dass das Team das so mitträgt. Denn ohne sie könnten wir das nicht machen. Co-Leadership ist definitiv ein Zukunftsmodell und dem sollte man deutlich mehr Aufmerksamkeit schenken. Wie wir dargelegt haben, bietet es enorme Vorteile für das Team, für das Unternehmen, aber auch für das Tandem selber. Ich habe schon vor meiner Zeit bei Canon Erfahrung sammeln im Bereich Co-Leadership. Ich glaube nach wie vor, das ist eine riesige Bereicherung für uns als Team. Ich kann auf meine Vorgesetzten oder auf meinen Vorgesetzten zugehen, wo ich das Gefühl habe, es hat gerade Zeit für mich oder es ist gerade die richtige Person für mich. Anliegen. Und ich bin eh Fan davon, wenn man so das Denken in der Hierarchie ein bisschen aufbricht. Ich habe das Gefühl, es fühlt sich einfach alles mehr wie nach Teamwork an. Zwei Vorgesetzte zu haben, bringt eine ganz neue, eine ganz andere Dynamik ins Team. In gewissen Situationen vielleicht auch mal auf unterschiedliche Sichtweisen zu stossen, finde ich für mich persönlich sehr spannend und sehr hilfreich. Es eröffnen sich mehrere Perspektiven innerhalb und ausserhalb des Teams, aufgrund des doppelten Know-hows, aufgrund der doppelten Erfahrung, auf die wir setzen können. Die beiden Vorgesetzten mit ihren unterschiedlichen Ansichten helfen mir und der Marketingorganisation, sich weiterentwickeln. Auch können wir so besser auf die Bedürfnisse unserer Stakeholders eingehen. Beide Vorgesetzten bringen unterschiedliches Know-how mit und können auf diese Art ihre Stärken und Fähigkeiten gezielt nutzen, um gemeinsam erfolgreich zu sein. Es gibt nicht nur die Möglichkeit, verschiedene Ansätze oder auch verschiedene Perspektiven miteinander zu teilen, sondern das Modell hat auch zu neuen Strukturen und effizienteren Prozessen innerhalb des Teams und auch innerhalb der ganzen Organisation geführt. Meiner Meinung nach ist diese Art der Zusammenarbeit eine positive Entwicklung in die richtige Richtung. Anfang 1 www.h swing- snakes. Nachdem sehen all • Ja